ja hallo liebes publikum ich sitze hier in der garderobe vom grebstheater und hier war glücklicherweise die letzten zwei monate wieder viel los nach dem sechs monatigen lockdown haben wir tatsächlich die letzten zwei monate gespielt wir hatten viel spaß dabei wir hatten lange wartelisten und ein fast immer volles theater und waren sehr froh darüber wieder für euch zu spielen jetzt ist es wieder so weit dass wir das theater leider wieder zumachen werden für ein monat und wir hoffen wir hoffen sehr dass das wirkt und dass die infektionszahlen dieser blöden pandemie dadurch wieder nach unten gehen und wir freuen uns schon sehr auf den dezember wo wir dann wieder aufmachen werden und bis dahin werden wir digital für euch wieder unter grips.online da sein bleibt gesund bis dahin und alles gute